Es ist eine ganz kritische, ich möchte sagen eine bestürzende Situation. Der amerikanische Präsident und Amtsinhaber kündigt an, dass er ein Wahlergebnis nicht akzeptiert, das ihn nicht als Sieger sehen würde. Er will die Auszählung von Stimmen unterbinden und all das, was man in den letzten Tagen gerüchteweise gehört hat, hat sich nun tragischerweise bestätigt durch die Pressekonferenz von Donald Trump. Und damit bahnt sich eine dramatische Konfliktsituation in der amerikanischen Demokratie an, mit unabsehbaren Folgen, nicht nur für das amerikanische Volk, sondern darüber hinaus auch für die Welt und mithin auch uns in Europa. Wir wissen auch nicht, wie tatsächlich jetzt sich die nächsten Stunden in den Vereinigten Staaten entwickeln werden. Aber es entsteht natürlich eine Situation, in der gegebenenfalls die Vereinigten Staaten auf der internationalen Bühne überhaupt nicht handlungsfähig sind. Die beschäftigen sich dann nur mit sich selbst und enormen gesellschaftlichen Konflikten, die damit verbunden sein könnten. Das kann niemand wollen. Chaos in den Vereinigten Staaten kann niemand wollen. Eine noch weitere Polarisierung in den USA als die, die es ohnehin schon gab, kann niemand wollen. Immerhin bricht Herr Trump hier mit Traditionen und Regeln. Und bei ihm war man das gewohnt, diese Art der Disruption und Erschütterung politischer Verhältnisse. Aber das, was er am heutigen Wahlabend macht in den USA, das übersteigt doch das, was man noch vor wenigen Monaten für möglich gehalten hätte. Egal, wer in das Weiße Haus einzieht, Interessen und Unterschiede bleiben bestehen. Etwa hinsichtlich der Lastenverteilung in unserem westlichen Verteidigungsbündnis der NATO. Und die USA haben sich schon zuvor unter Barack Obama in Richtung auf den pazifischen Raum, auf Richtung Asien orientiert. Wir brauchen also ohnehin, egal ob Trump oder Biden, eine neue Strategie als Europäerinnen und Europäer. Das ist nicht alleine nur eine deutsche Aufgabe. Wir müssen attraktiv werden als Standort Europa. Wir sind immerhin noch der größte zusammenhängende Wirtschaftsraum der Welt. Aber wir müssen auch wieder Tempo machen bei neuen Technologien, müssen wieder auf Wachstumskurs kommen. Ich bin der Auffassung, wir müssen auch auf der internationalen Bühne als Europa mehr Verantwortung tragen. Dazu brauchen wir andere Entscheidungswege, um überhaupt gemeinsame Positionen beziehen zu können. Und nicht zuletzt, egal wer gewinnt, die USA sind ein gespaltenes Land. Und für uns muss das ein Anlass sein, den Dialog mit den USA zu intensivieren. Egal, wie gesagt, wer im Weißen Haus ist. Warum gibt es nicht gemeinsame Tagungen der Kabinette, wie wir das mit Frankreich machen, teilweise sogar mit der Volksrepublik China. Und warum machen wir uns nicht auf den Weg, überall dort neue diplomatische Vertretungen, beziehungsweise Dialogeinrichtungen wie Goethe-Institute zu gründen, wo auch die Wähler von Herrn Trump sind. Die USA werden eben nicht nur durch Hollywood und Wall Street bestimmt, sondern auch durch das Land, was dazwischen ist. Und da müssen wir in unserer Diplomatie, im zivilgesellschaftlichen Dialog als Europäer, insbesondere auch als Deutsche, wohl hin.